Kapitel 18 Die Teilung Israels Ich möchte Sie jetzt auf eine Reise durch die Heilige Schrift mitnehmen. Für die im jetzt folgenden Teil gemachten Äußerungen zur Zukunft Israels ist es hilfreich, wenn der Leser bereits über etwas weitergehende Vorkenntnisse der Bibel verfügt. Denn die folgenden Kapitel führen deutlich tiefer in die Bibeltexte hinein, als das gewöhnlich in Gottesdiensten oder Bibelstunden der Fall ist. Es genügt also nicht, täglich seine Losung zu lesen, sondern man muss sich da und dort mit dem Wort Gottes tiefer auseinandergesetzt haben und zum Teil über geschichtliches Hintergrundwissen verfügen. Dies vorausgeschickt sind meines Erachtens bei der Auslegung prophetischer Texte folgende Punkte zu beachten. 1. Zeitlich später angesiedelte prophetische Aussagen der Bibel sind immer vorrangig vor den früheren. Denn die späteren Stellen detaillieren das, was in den früheren rudimentär angedeutet ist. Gleichzeitig ergänzen sie sich gegenseitig und so entsteht schlussendlich ein deutliches Bild, das immer auf mehreren Bezugstellen des Alten Testaments und oder des Neuen Testaments fußt. 2. Die Bibel muss mit der Bibel ausgelegt werden Dies kann nicht deutlich genug betont werden. Um belastbare Auslegungen zu biblischen Texten zu machen, genügt es nicht, außer biblische Quellen zu verwenden. Immer wieder werden Aussagen von Politikern, politische Ereignisse unserer Zeit oder der frühen Christenheit bemüht, um Daniel die Offenbarung und andere Texte zu erklären. Das ist unzulässig und führt regelmäßig zu falschen Ergebnissen. Außerbiblische Quellen mögen dann und wann hilfreich zur Erläuterung sein. Die Argumentation selbst muss sich aber alleine aus der Bibel speisen und ableiten lassen. Denn die Bibel muss mit der Bibel ausgelegt werden. Kapitel 18.1 Namen und Bezeichnungen In der vorliegenden Auslegung werden unterschiedliche Bibelstellen zu ein und dem gleichen Ereignis zitiert und zusammengeführt. Das führt dazu, dass zum Beispiel für den Antichristen, aber auch für andere endzeitliche Figuren, mehrere unterschiedliche Formulierungen verwendet werden, wie zum Beispiel das Tier aus dem Meer, das Kind des Verderbens etc. Deshalb seien im Folgenden die Namensgebung der jeweiligen endzeitlichen Persönlichkeiten zusammengestellt. Wenn diese Begriffe im vorliegenden Buch Erwähnung finden, sind sie jeweils austauschbar zu verwenden. Kapitel 18.1.1 Bezeichnungen für den König des Nordens Der König des Nordens bzw. je nach Übersetzung der König gegen Mitternacht Der Antichrist Das Tier aus dem Meer Das kleine Horn Das kleine Horn aus Damaskus Syrien Der endzeitliche Antiochus der 4. Epiphanes Das Kind der Sünde Das Kind des Verderbens Und auch Abimelech oder Jabin Kapitel 18.1.2 Bezeichnungen für den König des Südens Der König des Südens bzw. je nach Übersetzung der König gegen Mittag Ägypten oder auch Gal Kapitel 18.1.3 Bezeichnungen für den falschen Propheten Der falsche Prophet Das Tier aus dem Land oder auch Pekachia, Sebul oder Sisera Kapitel 18.1.4 Bezeichnungen für die beiden Zeugen Die zwei Zeugen Der wiedergeborene Überrest Der Abschluss des Dritten Tempels oder auch das Haus David und die Bürger Jerusalems Kapitel 18.1.5 Syrien Im Buch wird davon ausgegangen, dass der Antichrist aus Damaskus mithin aus Syrien kommt. Hierbei ist Folgendes zu beachten. Es handelt sich nicht um das Syrien, das wir heute als einen mehr oder weniger arabischen Staat kennen, sondern es handelt sich um das Syrien, das uns die Bibel vorstellt. Dieses biblische Syrien hat seine Wurzeln im Reich Alexanders des Großen und ist deswegen griechischen Ursprungs. Das klingt zunächst verwunderlich, ist aber tatsächlich so. Deshalb ist es zum Verständnis biblischer Prophetie sowie deren Abläufe unerlässlich, sich hierüber vertiefte Kenntnisse zu verschaffen. Das Reich Alexanders des Großen zerbrach und wurde von vier seiner Generäle unter sich aufgeteilt. Lysimachus, Kassander, Seleukus und Ptolemäus. Aus ihnen entstanden die vier Diadochendynastien, von denen die Ptolemäer und die Seleukiden die beiden mächtigsten waren. Auf sie konzentriert sich die Prophetie Daniels. Daniel führt also seine prophetische Linie von Alexander dem Großen über die vier Diadochen bis zu Antiochus dem 4. Epiphanes, dem letzten in der Bibel erwähnten Seleukidenkönig und dem Typus des Antichristen schlechthin. Das Reich der Seleukidenkönige erstreckte sich vom Euphrat bis nach Israel. Südlich davon lag in Ägypten das Reich der Ptolemäer. Das Reich der Seleukiden besaß seine größte Ausdehnung unter Antiochus dem Dritten. Verviel dann immer mehr, reduzierte sich schließlich auf das syrische Kernland und wurde im Jahr 63 v. Chr. vom Feldherrn Gnaeus Pompeius Magnus als Provinz Syrien in das Römische Reich eingegliedert. Hierzu Wikipedia Alexander der Große eroberte nach der Schlacht bei Issos in den Jahren 332 und 331 v. Chr. das heutige Syrien. Nach dem Tod Alexanders wurde Syrien Teil des Diadochenreichs der Seleukiden. Im 2. und 3. v. Chr. kommt es zwischen dem Ptolemäischen Ägypten und den Seleukiden zu einer Reihe von militärischen Konflikten. Dann folgt eine Aufzählung der insgesamt sechs syrischen Kriege. Im Jahr 64 v. Chr. wurde Syrien zur römischen Provinz Syria. Das Reich von Palmyra erklärte unter der Königin Zenobia im Jahr 267 die Unabhängigkeit von Rom, wurde aber vom römischen Kaiser Aurelian im Jahr 272 besiegt. Bei der Teilung des Römischen Reichs im Jahr 395 fiel es an Ostrom. Quelle Wikipedia, Abfragedatum 12.09.2018 Damit endete mehr oder weniger die Geschichte des großen Seleukidenreichs. Wenn also in diesem Buch von Syrien, von Damaskus und von dem Antichristen gesprochen wird, dann ist damit immer das Syrien gemeint, das in der Bibel beschrieben ist. Hierauf muss man sich gedanklich einlassen, um die hier gezeigten Strukturen nachvollziehen zu können. Deswegen sei dies vorangestellt. Kapitel 18.2 Einführung in das Thema In den folgenden Kapiteln geht es um ein Thema, das vielleicht politisch nicht ganz korrekt ist, aber es entspricht der Prophetie der Bibel. Um es vorwegzunehmen, Israel wird sich in der Endzeit in zwei Teile teilen, so wie das aus der Zeit der Könige im Alten Testament schon bekannt ist. Um eine bessere Übersicht über die folgenden Ausführungen zu vermitteln, werden deren Ergebnisse wie folgt kurz zusammengefasst. Themenkreis 1 Für die Endzeit ist in Daniel 8 ein kleines Horn vorhergesagt. Es stammt wie alle Hörner vor ihm von dem Ziegenbock ab, der ein Bild auf die Dynastie griechischer Könige ist, beginnend mit Alexander dem Großen. Dieses kleine Horn aus Daniel 8 entstammt also einer rein griechischen Linie. Das ist allgemein unbestritten. Dadurch, dass die Romtheorie verworfen und stattdessen bis in die Endzeit eine rein griechische Linie verfolgt wird, muss für das Tier mit den zehn Hörnern in Daniel 7 eine neue Deutung gefunden werden. Denn das wurde bislang stets auf ein Bild auf das römische Reich gedeutet. Das Tier mit den zehn Hörnern aus Daniel 7 wird im vorliegenden Buch auf die historische Dekapolis gedeutet, die in der Endzeit wieder entstehen wird. Dadurch, dass die Romtheorie verworfen wird, kann aufgrund der gleichen Namensgebung kleines Horn in Daniel 7 und 8 unterstellt werden, dass es sich um den gleichen politischen Herrscher handelt, der beide Voraussetzungen erfüllt, nämlich einerseits mit der Dekapolis in Verbindung zu stehen, Daniel 7 und gleichzeitig aus der alexandrinisch-diadochischen Linie zu stammen, Daniel 8. Diese Eigenschaft erfüllt einzig und allein Damaskus. Denn Damaskus stammte als syrische Hauptstadt von den Griechen, also von Alexander dem Großen ab, und war gleichzeitig im Bund mit der Dekapolis, zehn Hörner, und zwar sowohl im ersten Jahrhundert nach Christus als auch im 8. Jahrhundert vor Christus mit Gilead. Denn Pekach, der General Pekachias und spätere König Israels, stammte laut 2. Könige 15, Vers 25 aus Gilead, der Gegend, in der später die Dekapolis lag. Pekach und Rezin schlossen einen Bund miteinander, nachdem Pekach seinen König Pekachia ermordet und Nordisrael usurpiert hatte. Aufgrund dieser argumentativen Kette wird nachgewiesen, dass das kleine Horn aus Daniel 7 und Daniel 8 jeweils die gleiche politische Macht ist und Damaskus meint. Diese Sicht eröffnet eine neue und weitaus textbezogenerer Auslegungsweise, als das bisher der Fall war. Themenkreis 2 Jesaja 7 sagt prophetisch die Jungfrauengeburt Marias und die Geburt Christi des Immanuels voraus. Die Prophetie in Jesaja 7 macht aber weitreichendere Aussagen als die Geburt Christi, die zur Geburtszeit Jesu nicht eintrafen. Dazu gehört die Ankündigung der Zerstörung Syriens und Ephraims des Nordreich Israels, kurz nach der Geburt des Immanuel. Eine Verwüstung Syriens und Ephraims geschah aber weder zur Zeit des Ahas im Jahr 733 v. Chr. noch zur Geburtszeit Jesu. Die Passage in Jesaja 7, dass eine Jungfrau schwanger sein und einen Sohn gebären wird, sagt die Wiedergeburt Jerusalems voraus. Die Wiedergeburt Jerusalems kommt aber erst am Ende der Gemeindezeit. Die Endzeit ist der einzige Zeitpunkt, in dem die Prophetie aus Jesaja 7 vollständig erfüllt werden kann. Wenn aber die Prophetie Jesajas zur Wiedergeburt erst in der Endzeit erfüllt werden wird, ist klar, dass die Verheißung der Verwüstung Syriens und Ephraims zwingend dazugehört. Daraus wiederum ist abzuleiten, dass in Israel in der Endzeit die gleiche politische Situation herrschen wird, wie im Syro-Ephraimitischen Krieg im Jahr 733 v. Chr. Das bestätigt die oben geführte Argumentation zur Rolle von Damaskus in der Endzeit. Wenn in der Endzeit die gleiche politische Situation herrscht, wie im Jahr 733 v. Chr., dann muss das Nordreich Israel, Ephraim, von Judah und Jerusalem getrennt sein. Das wiederum lässt den Schluss zu, dass Israel in der letzten Zeit auseinanderbricht. Israel wird sich also noch vor der Entrückung und damit noch vor der 70. Jahrwoche in zwei Teile aufteilen, und zwar in einen südlichen und in einen nördlichen Teil, ganz genau so, wie es zur Zeit der Könige Judas und Israels im Alten Testament war. Das klingt zunächst unwahrscheinlich und geradezu abwegig. Wenn man die Konsequenzen heraus für den modernen Staat Israel durchdenkt, klingt es geradezu erschreckend. Aber bei näherer Betrachtung der einschlägigen Bibeltexte ist die zu erwartende Teilung Israels vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich wie zunächst angenommen. Die These eines Auseinanderbrechens des Staates Israel in der Endzeit ist ungewöhnlich und meines Wissens bisher unbekannt. Deshalb muss sie sauber an der Bibel nachvollzogen und argumentiert werden. Befund, Erläuterung und Auslegung füllen die kommenden Kapitel und führen zu weiteren unerwarteten Ergebnissen. Kapitel 18.2.1 Das Gebiet jenseits des Jordan Das Gebiet östlich des Jordans und die Kenntnis seiner biblisch-historischen Entwicklung sind für die folgenden Auslegungen prophetischer Texte wichtig. Dieses Gebiet hat in der Bibel mehrere Namen erhalten. Dekapolis, Gilead oder das östliche Stammesgebiet Manasses und so weiter. Es handelt sich im Wesentlichen um das heutige Transjordanien. Gemeint ist stets die gleiche Gegend, das Gebiet östlich des Jordan. Schauen wir uns die Aussagen der Bibel zu diesem Gebiet näher an. Dann folgt eine Karte mit dem Gebiet der Dekapolis. Die historische Dekapolis war um die Zeitenwende die letzte verbleibende politische Struktur, die vom ehemals großen Seleukidenreich übrig blieb. Auch hier folgt wieder eine Karte. Der Verfall des antiken Seleukidenreichs ging in Phasen vor sich. Zunächst gingen die östlich an Indien grenzenden Reichsgebiete verloren. Danach reduzierte sich das Reich um Gebiete in der Osttürkei und Nordsyriens und konzentrierte sich später auf das Kernland Syrien. Schließlich wurde Syrien im Jahr 63 v. Chr. zur römischen Provinz degradiert und dem römischen Reich einverleibt. Am Ende blieb aus der großen griechisch-seleukidischen Epoche nur noch die Dekapolis übrig, die sich vermutlich irgendwann im 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr. auflöste. Wann genau sich die Städte der Dekapolis zu diesem Zehnerbündnis zusammengeschlossen haben, verliert sich im Nebel der Geschichte. Auch die zu ihr gehörenden Städte werden in den wenigen noch verfügbaren Quellen unterschiedlich angegeben. Zur Zeit Jesu hatte sich der Oberbegriff Dekapolis oder wie Luther übersetzt das Gebiet der Zehnstädte manifestiert, der allein in der Bibel dreimal erwähnt wird. Matthäus 4, Vers 25 Markus 5, Vers 20 und Markus 7, Vers 31 Gegen Ende der Dekapolis waren es bis zu 14 Städte, bis sich der Städtebund, wie schon gesagt, im 2. bzw. 3. Jahrhundert n. Chr. schließlich ganz auflöste. Um die der Dekapolis zugehörigen Städte zu bestimmen, verfügen wir nur über äußerst wenige Quellen. Überdies war der Bund im Laufe des langen Zeitraums sicherlich einer gewissen Dynamik unterworfen, sodass Städte dazukamen oder sich auch wieder trennten. Die wichtigste Quelle für die Existenz der Dekapolis ist die Bibel selbst. Das ist wichtig. Allerdings zählt die Bibel nicht die einzelnen Städte auf, die zur Dekapolis gehörten, sondern beschreibt die Dekapolis lediglich als eine Region, die Jesus zu Lebzeiten betreten hatte. Kapitel 18.2.3 Gilead Wikipedia schreibt hierzu, Gilead bezeichnet ein biblisches Land, das nach seinem Anherrn so benannt worden sein soll. Es liegt östlich des Jordans zwischen dem Fluss Jarmuk im Norden an der Grenze zu Damaskus und dem Fluss Nar-et-Zarka, Jabok, im Süden an der Grenze zu Amon. Vom aramäischen König Hasael von Damaskus wurde es im 8. Jahrhundert vor Christus in seinen Machtbereich eingegliedert. Später war es eines der Hauptgebiete der Dekapolis. Es ist wichtig und interessant zu sehen, dass das Land Gilead geografisch deckungsgleich ist mit dem Gebiet der späteren Dekapolis. Die Gileaditer stammten von Manasse ab. 4. Mose 26, Vers 29 Die Kinder aber Manasses waren Machir, daher kommt das Geschlecht der Machiriter. Machir aber zeugte Gilead, daher kommt das Geschlecht der Gileaditer. Wenn aber die Gileaditer von Manasse abstammen, dann sind sie Israeliten. Das ist bei unserer späteren Auslegung zum Tier aus dem Land wichtig. Kapitel 18.2.4 Ruben, Gat und Manasse Die Dekapolis, Gilead und das Stammesgebiet Rubens, Gats und des halben Stammes Manasses sind nahezu deckungsgleich. Es ist ein Gebiet, das neben 2. Könige 15, Gilead, im 1. und 5. Buch Mose, in Joshua sowie in weiteren Bibelstellen mit den Zeltdörfern Jaiers und Gileads, also Manasse, Machirs und dem Gebiet Rubens und Gats beschrieben wird und vom See Genezareth bis zum Toten Meer reicht. Aus dieser Gegend stammte der spätere König Pekach, der in der Übersicht bereits erwähnt wurde und der von dort aus seinen König Pekach ja tötete und Israel eroberte. Nur eine der Dekapolis-Städte, das historische Skytopolis, das heutige Bechean, lag westlich des Jordans in der heutigen Westbank. Aber auch dieses Gebiet gehörte zu Manasse, nämlich zu dem Gebiet, das die andere Hälfte des Stammes Manasse bei der Landnahme auf der Seite westlich des Jordan eingenommen hatte. Die Region wird also in der Bibel viel früher erwähnt, als die im Neuen Testament beschriebene Dekapolis oder auch die in Jesaja 7 skizzierte politische Struktur des Syro-Ephraimitischen Krieges. So steht in 4. Mose 32 Die Kinder Ruben und die Kinder Gard hatten sehr viel Vieh und sahen das Land Jaser und Gilead an als gute Städte für ihr Vieh und kamen und sprachen zu Mose und dem Priester Eleazar und zu den Fürsten der Gemeinde, Das Land Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo und Beon, das der Herr geschlagen hat vor der Gemeinde Israel, ist gut zur Weide. Und wir, deine Knechte, haben Vieh. Und sprachen weiter, Haben wir Gnade vor dir gefunden? So gib dieses Land deinen Knechten zu eigen. So wollen wir nicht über den Jordan ziehen. Denn wir wollen nicht mit ihnen Erben jenseits des Jordans, sondern unser Erbe soll uns diesseits des Jordan gegen Morgen gefallen sein. Die Kinder Gard und die Kinder Ruben sprachen zu Mose, Deine Knechte sollen tun, wie mein Herr geboten hat. Unsere Kinder, Weiber, Habe und all unser Vieh soll in den Städten Gileads sein. Also gab Mose den Kindern Gard und den Kindern Ruben und dem halben Stamm Manasse, des Sohnes Josefs, das Königreich Sihons, des Königs der Amoriter und das Königreich Ox, des Königs von Barsan, das Land samt den Städten in ihrem ganzen Gebiete umher. Damit können wir eine Liste erstellen, die das Land östlich des Jordans in ihrer Entwicklung zeigt. Im Jahr 1500 v. Chr. lag dort das Stammesgebiet Dans, Rubens und des halben Stammes Manasse, die Gebiete der ehemaligen Königreiche Sihons und Ox in 4. Mose. Im Jahr 732 v. Chr. wird die Gegend als historisch-politische Struktur im Syro-Ephraimitischen Krieg in Jesaja 7 beschrieben, bestehend aus Syrien, Nordisrael und Gilead. Im Jahr 550 v. Chr. wird die Gegend in Daniel 7 als ein Tier mit zehn Hörnern umschrieben. Circa in der Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr. finden wir eine dreifache Erwähnung der Dekapolis in den Evangelien. Und im Jahr 90 n. Chr. beschreibt Johannes die Gegend als ein Tier mit zehn Hörnern und sieben Häuptern, Offenbarung 12, 13 und 17. Es wird jetzt mehr als deutlich, dass die politischen Strukturen, die die Bibel für die Endzeit vorhersagt, allesamt bereits im Alten Testament angelegt, bis auf diese zurückzuführen und aus ihnen zu entwickeln sind. Dies ist bei der Rom-Theorie nicht möglich. Sie wird nämlich in die Daniel-Texte hineininterpretiert und steht quasi auf tönernen Füßen, ohne echten Bezug zum Buch Daniel und ohne jeglichen Bezug zu weiteren Texten im Alten Testament. Das ist ein weiterer sehr großer Schwachpunkt der Rom-Theorie und gleichzeitig ein sehr wichtiger Vorzug und starker Beleg für die Authentizität der hier beschriebenen Sichtweise. Die Kenntnis von Bibelstellen, die das Gebiet jenseits des Jordan beschreiben, ist, wie schon gesagt, als Hintergrundwissen für ein vertieftes Verständnis des falschen Propheten, des sogenannten Tiers aus dem Land, unerlässlich. Dazu aber später mehr. Kapitel 18.2.5 Damaskus Auffallend ist nun die Rolle, die Aram Damaskus gegenüber der Dekapolis, Gileads und Manasses einnimmt. Denn Damaskus hat sich mit der Dekapolis zunächst verbündet und sie später beherrscht. Markus 5 und andere Damaskus hat sich mit Gilead und Ephraim in ein Bündnis begeben. 2. Könige 15 Vers 25 und Jesaja 7 Und Damaskus hat diese Region immer wieder erobert. 1. Chronik 2 Vers 23 Damaskus hatte also schon mehrfach Interesse an der Dekapolis beziehungsweise an dem Gebiet in Gilead. Dieses Interesse hatte zumeist geopolitische Gründe. Damaskus wird von einigen Historikern zur Dekapolis hinzugezählt, von anderen dann aber wieder nicht. Auflistungen der Dekapolis-Städte findet man bei Plinius dem Älteren, Ptolemäus, Stephanus von Byzanz und Flavius Josephus. Warum die Autoren die jeweiligen Städte der Dekapolis zugerechnet haben oder auch nicht, sprengt unseren Rahmen. Aber die Auflistungen selbst sollen jedoch etwas ausführlicher behandelt werden. Die älteste Aufzählung findet sich in der Naturgeschichte Plinius des Älteren, gestorben 79 nach Christus. Danach handelt es sich um folgende Städte. Damaskus, Dion, Gadara, Gerasa, Hippos, Kanata, Pella, Raffana, Philadelphia, das frühere Rabat Ammon, die Hauptstadt von Ammon, beziehungsweise das heutige Amman, die Hauptstadt von Jordanien und Skytopolis. Ptolemäus hingegen erwähnt in seiner Geografie außerdem die Stadt Lysanias. Im 6. Jahrhundert schließlich listet Stephanus von Byzanz 14 Städte als zur Dekapolis gehörig auf. Bei Josephus, immerhin einem Zeitzeugen der in den Evangelien erwähnten Dekapolis, findet man in einem Wikisource-Artikel laut Immanuel Benzinger etwas Interessantes. Josephus erwähnt zwar in seinen Texten die Dekapolis nur am Rande und er listet ihre Städte nicht im Einzelnen auf. Er schreibt aber, dass Skytopolis die größte der Dekapolis-Städte gewesen sei. Zitat Damaskus ist bei Josephus offenbar nicht zu den Städten der Dekapolis gerechnet, sonst könnte derselbe nicht gut Skytopolis für die größte Stadt der Dekapolis erklären. Damaskus war also damals deutlich größer als Skytopolis. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass zumindest Josephus, Damaskus damals nichts zur Dekapolis zählte. Immanuel Benzinger weiter Eine weitere Auffälligkeit ist die große Entfernung, in der Damaskus zu den übrigen Orten der Dekapolis lag, sodass eine Hereinziehung von Damaskus auffallend, weil ungewöhnlich ist. Dennoch lässt sich Damaskus laut Benzinger gegenüber den bestimmenden Angaben des Plinius und des Ptolemäus nicht so einfach aus der Dekapolis ausscheiden. Auch der Stuttgarter Bibelatlas listet die Städte der Dekapolis unter Auslassung von Damaskus auf, dies allerdings mit der Anmerkung, dass Damaskus zeitweise dem Dekapolis-Bund zugehörig war. Wir sehen also, dass Damaskus von einigen Historikern zur Dekapolis hinzugezählt wurde, von anderen hingegen nicht. Der naheliegendste Grund für die unterschiedliche Listung mag, wie schon erwähnt, in dem geopolitisch durchaus dynamischen Prozess bei der Zugehörigkeit einzelner Städte zur Dekapolis zu finden sein, was in Anbetracht der langen Zeiträume nichts Ungewöhnliches sein dürfte. Gesichert ist hingegen, dass Damaskus zumindest zeitweise zur Dekapolis hinzugehörte. Prof. Dr. Wenning von der Uni Münster vermutet, dass die Dekapolis sich Damaskus unterwarf, um nach dem Prinzip Teile und Herrsche die damaligen politischen Wirren zu überstehen. Damaskus gehört also laut Prof. Dr. Wenning nicht originär zur Dekapolis, sondern wurde sozusagen ihr Schutzherr, was Benzingers Einwand der großen Entfernung zwischen Damaskus und der Dekapolis erklären würde. Auch dazu gleich mehr. Kapitel 18.3 Eine erste Deutung Daniel 7 und die Zehn Hörner In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Zehn Zehen des Standbildes in Daniel 2 und die Zehn Hörner des Tieres in Daniel 7 durchgängig und meines Erachtens erstmals auf die Dekapolis gedeutet. In Daniel 7 ist die Rede davon, dass zwischen den Zehn Hörnern respektive zwischen den Zehn Städten der Dekapolis ein anderes, kleines Horn hervorbricht, das ganz anders war als die vorigen. Diese Beschreibung des kleinen Horns würde, nach dem was wir oben erarbeitet haben, auf Damaskus bestens passen. Denn Damaskus war damals, wie die Städte der Dekapolis auch, ein Stadtstaat und mit der Dekapolis zumindest zeitweise verbündet. Die Struktur, die Daniel 7 für die Endzeit vorstellt, gab es also schon einmal in der biblischen Heilsgeschichte. Sie ist damit nichts Neues. Denn ein Bündnis zwischen Damaskus und der Dekapolis gab es schon einmal im ersten Jahrhundert nach Christus. Damals gehörte Damaskus einerseits als Bündnispartner zur Dekapolis, zwischen den Zehn Hörnern bricht ein anderes, kleines Horn hervor, dann aber auch wieder nicht. Denn Damaskus gehört zu Syrien und damit zu den Seleukiden. Es sieht also durchaus so aus, als ob Daniel für die Endzeit eine Struktur vorhersagt, die laut Bibel schon einmal existiert hat und die meines Erachtens genauso in der Endzeit wieder zu erwarten sein wird. Zu Beginn der Gemeindezeit gab es also schon einmal die gleiche politische Struktur, wie sie am Ende der Gemeindezeit wieder sein wird. Aber nicht in Form eines übermächtigen römischen Reiches, sondern in Form der unscheinbaren Konstellation zwischen dem damaligen Damaskus und der Dekapolis. Dieser Gedanke der Wiederholung antiker Strukturen in der Endzeit wird uns weiter begleiten und zum roten Faden unserer Auslegung werden. Kapitel 18.4 Jesaja 7 Der Syro-Ephraimitische Krieg Es ist durchaus unerwartet zu sehen, dass in der Endzeit eine Struktur angedeutet wird, die in der Antike bereits schon einmal bestand. Wenn dem so sein sollte, würde es der hier vorgenommenen Auslegung sehr viel Substanz und Basis im Wort Gottes verleihen. So als ob man statt einen Reißzweck an eine Pinnwand zu heften, einen Schwerlastanker in Beton verdübeln würde. Damit aber nicht genug. Denn es gibt tatsächlich noch einen zweiten Zeitpunkt, in dem Syrien mit einem Volk aus der Gegend der späteren Dekapolis verbündet war. Dieser Zeitpunkt war im Jahr 733 v. Chr. Damals wurde Jerusalem von Syrien und dem Nordreich Israel, Ephraim, belagert. Dieser Krieg ist als Syro-Ephraimitischer Krieg in die Annalen eingegangen. Aber es war eigentlich ein Syro-Ephraimitisch-Gileaditischer Krieg. Denn diese drei Gegenden hatten sich gegen Jerusalem und Judah verschworen. Aber der Reihe nach. Die Bibel berichtet von diesem Krieg unter anderem in Jesaja 7 und in 2. Könige 15. Die damalige politische Situation ist etwas kompliziert. Ihr Zustandekommen soll dennoch im Folgenden kurz skizziert werden, weil sie wichtig ist. Zur Zeit des Königs Ahas entstand im Norden diese äußerst ungewöhnliche politische Konstellation eines Bündnisses des Nordreichs Israel mit Syrien gegen Judah und Jerusalem. Die jetzt folgenden Abschnitte zeichnen nach, wie diese Koalition zwischen Israel und Syrien gegen das Südreich zustande kam und was daraus abgeleitet werden kann. Jesaja 7 Weiter in Vers 10 Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei unten in der Hölle oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern, dass ich den Herrn nicht versuche. Da sprach er, wohl an, so höret ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr die Leute beleidigt? Ihr müsst auch meinen Gott beleidigen? Darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Wie kam es also dazu, dass das Nordreich Israel sich mit Syrien verbündete? Wikipedia schreibt dazu, Als syrisch-ephraimitischer Krieg wird ein um 733 v. Chr. geführter Krieg der Staaten Damaskus und Israel gegen das mit Assyrien verbündete Judah bezeichnet, der mit dem Sieg Judas und damit auch Assyriens endete. Rezin von Damaskus und Pekach von Israel versuchten Ahas abzusetzen, einen Aramäer, das heißt einen Syrer, auf den jüdischen Thron zu bringen und Judah so zum Bündnis gegen Assyrien zu zwingen, das von Norden mehr und mehr nach Süden gegen Syrien drängte. Soweit die historische Situation. Jetzt brauchen wir noch ein paar Infos zu Pekachia und seinem Nachfolger Pekach, der aus Gilead stammte, dem Gebiet, in dem rund 700 Jahre später die Dekapolis entstehen würde. Kapitel 18.4.1 Pekachia und Pekach Pekach, der ehemalige General aus Gilead, hatte also Pekachia, seinen König, ermordet und sich selber zum König gemacht und Israel usurpiert. Bald darauf verbündete er sich mit Syrien und hetzte das Nordreich Israel gegen Judah und Jerusalem. Kapitel 18.4.2 Die Andeutung der Wiedergeburt Jerusalems in Jesaja 7 Immer wenn Jerusalem, nicht Israel, belagert wurde, haben die Könige und Propheten von Schwangerschaft, von Geburtswehen und von Geburt geweissagt. Auch und eben die in Jesaja 7 beschriebene politische Situation steht in engster Verbindung mit der Wiedergeburt Jerusalems. Denn während der Belagerung Jerusalems durch die syro-ephraimitische Koalition gibt Jesaja Ahas eine Verheißung, die Ahas beweisen soll, dass Jerusalem nicht von Rezin und Pekach erobert werden wird. Diese Verheißung ist sehr bekannt, denn sie bestand in der folgenden Vorhersage. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen. Diese Prophetie wird von Matthäus auf die Geburt Jesu Christi von der Jungfrau Maria ausgelegt. Aber sie gilt nicht allein auf die Zeit der Geburt Christi, weil weite Teile der Prophetie Jesajas nicht auf die politische Situation zur Zeit der Geburt Jesu passen. Denn zur Geburtszeit Jesu wurden weder Syrien noch Ephraim verwüstet, wie die Verheißung Jesajas dies voraussagt. Außerdem war zur Geburtszeit Jesu das Land Israel nicht durch ein Kriegsgeschehen derart entvölkert, dass der Neugeborene Immanuel Butter und Honig hätte essen können. Ein Zeichen für Überfluss. Hierzu mehr in meinem Buch Die Wiedergeburt Jerusalems bzw. im gleichnamigen Clip in YouTube zu Jesaja 7. Dieses Thema kann und soll hier also nicht erneut behandelt werden. Setzen wir stattdessen für unsere Argumentation voraus, dass eine vollständige Erfüllung der Verheißung in Jesaja 7 zur Geburtszeit Jesu nicht möglich war. Aber für welche Zeit gilt diese Vorhersage dann? Diese Vorhersage wird am Ende der Gemeindezeit in Erfüllung gehen, dann nämlich, wenn Jerusalem in der Endzeit belagert wird und zur Wiedergeburt findet. Die Jungfrau oder die junge Frau, die schwanger sein wird, ist also in der Endzeit die Tochter Zion selbst. Damit ist es aber, wie oben schon gesagt, mehr als naheliegend, auch die politische Konstellation des Jahres 733 für die Endzeit zu adaptieren. Die Strukturen sind verblüffend konkurrent und entsprechen in allen Details den Vorgaben aus Jesaja 7 und im Übrigen noch einigen weiteren Berichten des Alten Testaments, die hier später noch behandelt werden sollen. Kapitel 18.4.3 Geopolitisches Der antike Vorgänger der Dekapolis war im Jahr 733 v. Chr. Gilead. Beide Gebiete sind geografisch konkurrent. Das ist für unseren Zusammenhang durchaus von Bedeutung, denn von dort aus begann Pekach die feindliche Übernahme des nördlichen Israels, weil Pekach, seinen König Pekachia, tötete, sich selbst zum König machte und kurz darauf einen Bund mit Damaskus einging. Zusammengriffen sie Judah und insbesondere Jerusalem an, um es sich einzuverleiben, dort einen ihnen genehmen König einzusetzen und dann gemeinsam gegen Assyrien zu kämpfen, das von Norden her gegen sie alle vordrang. Das ist der Grund, warum es zum sogenannten Syro-Ephraimitischen Krieg kam. Jetzt wird deutlich, warum es nicht ein Syro-Ephraimitischer Krieg, sondern ein Syro-Ephraimitisch-Gilead, gegen Judah und Jerusalem war. Die Koalition im Norden bestand also exakt formuliert aus Damaskus, dem Nordreich Israels, Ephraim, und aus Gilead, dem Gebiet der späteren Dekapolis. Kapitel 18.5 Jesaja 7 und Daniel 7 Diese oben gezeichnete Struktur in Jesaja 7 ist also genau die, die auch in Daniel 7 für die Endzeit vorhergesagt wird, Damaskus im Bund mit Gilead und Nordisrael. Daniel 7 beschreibt eben diese Struktur als Bild, Ein kleines Horn, Damaskus, das zwischen zehn Hörnern, Gilead, beziehungsweise Dekapolis, hervorbricht und größer wird, als die neben ihm. Das kleine Horn der Endzeit aus Daniel 7 passt aufgrund der fast 200 Jahre vorher schon in Jesaja 7 beschriebenen Vorgaben bestens auf Damaskus. Die zehn Hörner des Endzeittiers in Daniel 7 stehen für das Gebiet der Dekapolis, das in Jesaja 7 noch als das Gilead Pekachs beschrieben wird. Aber dazu kommt noch, und das ist sehr ungewöhnlich, das Nordreich Israels. Ausgehend von Jesaja 7 kann der Ablauf der biblisch vorhergesagten politischen Strukturen der Endzeit wie folgt skizziert werden. Zunächst beginnt ein Zusammenschluss eines Städtebundes, mehr oder weniger im Ostjordanland, Neodecapolis, das sind die zehn Hörner. Die Neodecapolis usurpiert das Nordreich Israels. Das wiederum bewirkt eine Spaltung Israels in einen nördlichen Teil, Ephraim, und einen südlichen Teil, Judah und Jerusalem. Die Neodecapolis schließt ein Bündnis mit Syrien. Dadurch werden die Städte der Neodecapolis um eine elfte Stadt, ein elftes Horn ergänzt, Damaskus, das kleine Horn aus Daniel 7. Damaskus wächst politisch schneller als die Hörner neben ihm, also die Städte der Decapolis, und übernimmt bald die politische Führung. Damit bestünden die Hörner des in Daniel 7 für die Endzeit vorhergesagten Tiers aus dem Gebiet der späteren Dekapolis, dem früheren Gilead, beziehungsweise dem heutigen Transjordanien. Das kleine Horn, das zwischen ihnen hervorbricht, ist eine Umschreibung der Stadt Damaskus. Die hier gezeigte Auslegung weist, im Gegensatz zu den Mainstream-Deutungen nach, dass die für die Endzeit gezeichneten Strukturen des Propheten Daniel und der Apokalypse eigentlich gar nichts Neues sind, sondern bereits mehrfach im Alten Testament beschrieben wurden. Diese Konkurrenz zwischen Endzeit-Prophetie und alttestamentlichen Aussagen der Bibel ist meines Erachtens von außerordentlicher Wichtigkeit, denn sie verhindert eine willkürliche Deutung der Endzeit-Texte Daniels und der Offenbarung, weil sie sich an die Vorgaben des Alten Testaments bindet, aus ihnen heraus entwickelt wird und sich eng an ihnen und somit an der Schrift orientiert. Im Gegenzug plausibilisieren sich alle Stellen gegenseitig, was die Glaubwürdigkeit der hier gemachten Auslegung weiter stärkt. Das ist meines Erachtens auch der Grund, warum der Engel in Daniel 10, Vers 21 auf das schon zur Zeit Daniels in den alten Schriften niedergelegte Wort verweist. Doch ich will dir anzeigen, was geschrieben ist, was gewiss geschehen wird. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt hier, doch vorher will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Der Vers bedeutet doch nichts anderes, als dass der Engel Daniel das zeigt, was bereits zur Zeit Daniels, also im 5. Jahrhundert vor Christus, in älteren Schriften des Alten Testaments bereits aufgeschrieben war. Daniels Prophetie muss also in Texten der Bibel enthalten sein, die älter sind als das Buch Daniel, wenn auch lediglich keimhaft und in groben Vorausschattungen. Genau das ist, wie oben gezeigt, in Jesaja 7 der Fall. Und als ob uns Gott hierfür geradezu ein Beispiel geben möchte, liest Daniel das Buch des Propheten Jeremia, eines Zeitgenossen Daniels, und leitet hieraus prophetische Vorhersagen für seine Zeit ab. Daniel selbst schöpft also unmittelbar aus dem Wort Gottes. Es ist interessant und wichtig festzuhalten, dass im Buch Daniel, in dem bis auf die Offenbarung Visionen und Träume wie in keinem zweiten vorkommen, das geschriebene Wort so sehr betont wird. Allein diesem geschriebenen Wort und den darin tatsächlich enthaltenen Aussagen müssen Auslegung und Ausleger verpflichtet sein. Daneben ist es mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die oben zitierten Verse aus Daniel 10 bei genauerem Hinschauen gar nicht von einem Engel, sondern von dem Menschensohn selbst gegeben werden. Die Prophetie in Daniel 10, 11 und 12 kommt also von Christus. Deswegen müssen wir ihm gut zuhören und sehr genau darauf achten, was er sagt. Halten wir also fest, die in dieser vorliegenden Auslegung aufgezeigte Endzeitstruktur ist im Alten Testament bereits vollständig enthalten. Sie wird zwar durch Daniel und Johannes weiter detailliert und fortgeführt, aber sie ist nichts grundsätzlich Neues. Vielmehr ergänzen sich Jesaja, Daniel und Johannes gegenseitig in erstaunlicher Art und Weise. Erneut wird deutlich, wie genial Gottes Wort formuliert wurde. Dass die Texte, zwischen denen viele Jahrhunderte liegen, sich so eindeutig entsprechen, ist ein klarer Beweis dafür, dass es sich bei der Bibel nicht um Menschenwort, sondern tatsächlich um Gottes inspiriertes Wort handelt. Dass die vorliegende Sichtweise überhaupt möglich ist, liegt vorrangig daran, dass die Romtheorie endgültig verworfen und stattdessen eine alexandrinisch, diadochisch, seleukitisch, syrisch, dekapolische Linie verfolgt wird. Dies soll an dieser Stelle nochmals besondere Erwähnung und Betonung finden. Denn erst die Abkehr von der ohnehin nicht mehr haltbaren Romtheorie ermöglicht die vorliegende Deutung und gleichzeitig deren Plausibilisierung. Vor dem Hintergrund des bisherigen sei der Text von Daniel 7 nun nochmals explizit aufgeführt. Daniel 7, Vers 8 Wie schon erwähnt, hatten Syrien und Ephraim zur Zeit des Königs Ahas Jerusalem und Judah zunächst aufgefordert, ihrer Koalition beizutreten, um sich gegen den König von Assyrien und dessen Expansionspolitik in Richtung Süden zu stellen. Als Jerusalem dies ablehnt, wenden sich Syrien und Ephraim nunmehr gegen das Südreich, um Jerusalem zu erobern und dort den Sohn Tabeels einzusetzen, der sie im Kampf gegen die Assyrer unterstützen sollte. Es scheint so, als ob Rezin und Pekach Jerusalem genauso usurpieren und sich einverleiben wollen, wie Pekach das einige Jahre vorher mit dem Norden Israels und mit seinem König Pekach ja getan hat. Kapitel 18.5.1 Der Bezug von Jesaja 7 zu Daniel 7 Daniel schreibt, dass zwischen den zehn Hörnern ein anderes, kleines Horn hervorbricht. Dies kann aber nach dem bisherigen biblischen Befund nur ein weiterer, deutlicher Hinweis auf Damaskus sein. So würde dann auch verständlich werden, warum Damaskus als Hauptstadt Syriens einmal zu den Städten der Dekapolis gerechnet wird und ein andermal nicht. Damaskus gehörte zunächst nicht zur Dekapolis, war aber später dennoch im Bund mit ihr. Diese Auslegung steht in erstaunlicher Übereinstimmung mit Jesaja 7 und kann sich auf diese alttestamentliche Stelle und noch einige weitere stützen. Das kleine Horn, Damaskus aus Daniel 7, wird ein großes Horn werden, denn es wird größer als die Hörner neben ihm. Daniel sagt weiter, dass dieses kleine Horn bis in die letzte Zeit herrscht, seine Gewalt dann aber weggenommen und er umgebracht wird. Daniel 7, Vers 26 Danach, also nach dreieinhalb Jahren, das kleine Horn herrscht also bis zum Endgericht, wird das Gericht gehalten werden. Da wird dann seine Gewalt weggenommen werden, dass er zugrund vertilgt und umgebracht werde. Das wiederum ist in Übereinstimmung mit Jesaja 7, wo steht, dass Syrien und Ephraim in der Endzeit verwüstet werden. Daniel wiederum sagt, dass Damaskus zu neuer Macht emporsteigt und Jerusalem angreift. Beide Ereignisse sind in die Endzeit zu verorten. Jesaja 7 und Daniel 7 stehen also in geradezu frappierend enger Beziehung zueinander. Danach wird das Reich Jesus Christus und seiner Gemeinde für alle Zeit übereignet werden. Vers 27 Aber das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, das Reich ewig ist und alle Gewalt wird ihm dienen und gehorchen. Kapitel 18.6 Die beiden kleinen Hörner in Daniel 7 und Daniel 8 Daniel 7 steht in enger Verbindung zu Jesaja 7. Aber Daniel 7 steht auch in enger Verbindung zu Daniel 8. Das schauen wir uns genauer an. Daniel 8 zeichnet, wie an anderer Stelle schon gesagt, eine durchgängige Linie von Alexander dem Großen über die Diadochen und die Selochiden bis hin zum kleinen Horn, dem Antichristen, also bis in die Endzeit. Daniel 8, Abvers 1 Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belsatza erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir zuerst erschienen war. Ich hatte ein Gesicht und während meines Gesichtes war ich in der Festung Susa im Lande Elam am Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Widder, das ist Medo-Persien, stand vor dem Fluss, der hatte zwei hohe Hörner. Das sind Medien und Persien. Doch eines, Persien, war höher als das andere, Medien. Und das höhere, Persien, war später hervorgewachsen. Ich sah, dass der Widder mit den Hörnern stieß nach Westen, nach Norden und nach Süden hin. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen und vor seiner Gewalt errettet werden. Sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Und indem ich darauf Acht hatte, siehe, da kam ein Ziegenbock, das ist der König von Griechenland, vergleiche Daniel 8, Vers 21, vom Westen her über die ganze Erde ohne den Boden zu berühren. Und der Bock, also der König von Griechenland, hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Das ist Alexander der Große. Und er kam bis zu dem Widder, also Medo-Persien, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss stehen sah, und er lief in gewaltigem Zorn auf ihn zu. Und ich sah, dass er nahe an den Widder herankam, und voller Grimm stieß er den Widder und zerbrach ihm seine beiden Hörner. Und der Widder hatte keine Kraft, dass er vor ihm hätte bestehen können, sondern der Bock warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand konnte den Widder von seiner Gewalt erretten. Und der Ziegenbock wurde sehr groß, und als er am stärksten geworden war, zerbrach das Große Horn, das ist Alexander der Große, und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner. Das sind die vier Generäle Alexanders, die als Nachfolger Alexanders nach dessen Tod aus seinem Reich die Diadochenreiche gründeten. Diese wuchsen nach den vier Winden des Himmels hin. Und aus einem von ihnen, nämlich aus dem Horn der Seleukiden, wuchs ein kleines Horn, das ist der Antichrist. Das wurde sehr groß nach Süden, nach Ägypten, nach Osten, bis an den Euphrat, und nach dem herrlichen Land, also nach Israel hin. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels, und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde, und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres, das ist Christus, und nahm ihm das tägliche Opfer weg, nämlich bei der Eroberung Jerusalems, und verwüstete die Wohnungen seines Heiligtums, nämlich Jerusalem, das zu der Zeit der Tempel Gottes ist. Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt, das heißt, er tötet die beiden Zeugen in Jerusalem im Tempel, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, gelang ihm, vergleiche Daniel 11, Vers 36. Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer, also in Jerusalem, und vom verwüstenden Frevel, ebenfalls in Jerusalem, und vom Heiligtum, das zertreten wird. Das ist die kultische Verunreinigung der Stadt Jerusalem. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Dieses Gesicht in Daniel 8 ist sehr wichtig, um die vorliegende Argumentation weiter zu belegen und zu bekräftigen. Daniel weisagt von einem Ziegenbock, der gegen einen Widder ankämpft. Der Ziegenbock, so sagt der Text in Vers 21, ist der König in Griechenland. Das große Horn ist der erste König, Alexander der Große. Das große Horn des Ziegenbocks, Alexander, zerbricht, und stattdessen wachsen vier kleinere Hörner, die Diadochen. Aus einem der vier Hörner, nämlich aus dem der Seleukiten, wächst dann das kleine Horn, das am Ende der Zeit wieder aufkommt und dem gelingen wird, was es will, denn es wird Ägypten erobern. Es wird das tägliche Opfer wegnehmen und Gottes Heiligtum, Jerusalem, verwüsten. Dieses kleine Horn herrscht bis zum Ende, denn es wird ohne Hand zerbrochen werden und dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Alle Hörner, also sowohl das erste große Horn, als auch die vier ansehnlichen Hörner und das letzte kleine Horn, sind allesamt Hörner des Ziegenbocks. Das ist wichtig. Dieser Ziegenbock ist der König in Griechenland, so sagt Daniel. Die Frage, die sich dem Leser hier aufdringt, ist die, ist Alexander der Große der König in Griechenland, also der Ziegenbock, oder ist Alexander der Große, wie der Engel erklärt, das große Horn zwischen den Augen des Ziegenbocks, also der erste König? Zur Beantwortung dieser Frage schauen wir uns Daniel 11 an. Dort steht von einem König des Südens und von einem König des Nordens. Die Formulierung der König in Griechenland muss genauso verstanden werden, wie in Daniel 11 die Formulierung der König des Südens oder der König des Nordens. Daniel 11 berichtet nämlich nicht von jeweils einem einzelnen König, sondern die Formulierung der König des Südens umfasst die gesamte Dynastie aller Könige des Südens und die Formulierung der König des Nordens umfasst die gesamte Dynastie aller Könige des Nordens mit allen ihren sieben in Daniel 11 beschriebenen Königen. Gleiches gilt für Daniel 8. Der König in Griechenland steht nicht für einen bestimmten König, sondern für die komplette Dynastie der Könige Griechenlands, symbolisiert durch den Ziegenbock. Alexander ist das große Horn zwischen seinen Augen und der erste König. So passt die Vision zusammen. Jetzt wird auch verständlich, warum alle Hörner, also das erste Horn, Alexander der Große und die vier nachfolgenden Hörner, die Diadochen und das kleine Horn, der Antichrist, allesamt Hörner des Ziegenbocks sind und somit alexandrinisch-griechischer Herkunft. Alle Endzeitherrscher werden also einer alexandrinisch-griechisch-seleukidisch-syrischen Linie entstammen und eben keiner römischen. Weil alle diese Hörner ausnahmslos Hörner des Ziegenbocks und somit Griechen bzw. Nachfolger Alexanders des Großen sind, muss auch das kleine Horn in Daniel 8 griechischen Ursprung sein. Die Weissagung in Daniel 8 geht also tatsächlich lückenlos von Alexander dem Großen über die Diadochen bis zu dem kleinen Horn Daniel 8 Vers 25 und bis zur Wiederkunft Jesu. Rom wird hier, wie schon mehrfach gesagt, überhaupt nicht erwähnt. Daniel zeigt in Kapitel 8 also geradezu auffällig deutlich, dass auf Alexander den Großen die Diadochen folgen und nicht das römische Reich. Eine Vorerfüllung der Prophetie von Daniel 8 geschah durch den historischen Antiochus IV. Epiphanes, der übrigens Grieche war und kein Römer. Die vollständige Erfüllung dieses Gesichts aber war lange verborgen und es war von Daniel aus gesehen auch noch eine lange Zeit bis zu seiner Enderfüllung. Daniel 8 Vers 26 Dies Gesicht vom Abend und Morgen, das dir gesagt ist, das ist wahr. Aber du sollst das Gesicht heimlich halten, denn es ist noch eine lange Zeit dahin. Denn zu der Zeit, wenn das alles geschieht, wird das Heiligtum wieder geweiht und das kleine Horn wird ohne Hände zerbrochen werden. Dieses Gesicht reicht also zeitlich bis in die letzte Endzeit und bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Es wird eine Wiederholung Griechenlands vorhergesagt. Daniel 8 Vers 22 folgende Vers 23 sagt also, ihr Königreich, nämlich das der Diadochen, in der letzten Zeit wieder aufkommt, denn das kleine Horn kommt aus einem der vier Hörner. In dieser letzten Zeit dieses alexandrinisch-diadochisch-syrischen Königreichs kommt ein frecher und tückischer König aus dieser Linie auf, das kleine Horn. Daniel 8 kündigt also für die letzte Zeit einen zu Beginn seiner Laufbahn noch politisch schwachen Herrscher, nämlich ein kleines Horn an, der von den Königen Griechenlands abstammt und aus Damaskus kommt. Wenn aber dieses kleine Horn sowohl in Daniel 8 als auch in Daniel 7 erwähnt wird, liegt es mehr als nahe, dass es sich um das gleiche Horn handelt. Dass es sich bei den beiden kleinen Hörnern in Daniel 7 und in Daniel 8 um dieselbe politische Macht handelt, ist aufgrund der Rom-Theorie bisher immer abgelehnt worden. Eine Begründung hierfür findet man kaum. Das liegt schlichtweg daran, dass diese beiden Kapitel eine Art Achillesferse für die Rom-Theorie darstellen. Denn den Auslegern ist durchaus bewusst, dass in Daniel 8 eine griechische Linie verfolgt wird, während sie aufgrund eines falschen Verständnisses von Daniel 7 für die Endzeit Rom erwarten, was sich natürlich widerspricht. Weil aber alle an der Rom-Theorie festhalten, und weil keiner den Mut hat, sie anzugreifen, wird eine politische Konkurrenz der beiden kleinen Hörner pauschal und begründungslos geleugnet. Da aber in der vorliegenden Auslegung die Rom-Theorie verworfen wurde, ist es hier möglich, beide Hörner auf die gleiche politische Macht zu deuten und eben diese Möglichkeit bringt die Auslegung Daniels um einen ganz entscheidenden Schritt nach vorne. Aber wer genau ist dieses kleine Horn, was sowohl aus der alexandrinisch-seleukidisch-syrischen Linie kommt, Daniel 8, als auch zwischen den zehn Hörnern des Tieres hervorbricht, Daniel 7. Kapitel 18.6.2 Welcher Herrscher vereinigt die Eigenschaften der beiden kleinen Hörner auf sich? Johannes ergänzt und vervollständigt in seiner Offenbarung das Tier aus Daniel 7 mit den zehn Hörnern um weitere sieben Häupter. Diese sieben Häupter stehen für die sieben Seleukidenkönige, die in Daniel 11 aufgezählt werden. Denn Daniel 11 ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, die eine Abfolge von sieben Königen verzeichnet, die Abfolge der Seleukidenkönige. Auch hierüber wurde an anderer Stelle bereits nachgedacht. Einerseits gehört Damaskus also zu den zehn Hörnern, zwischen denen es als elftes Horn hervorbricht. Andererseits gehört Damaskus als Hauptstadt Syriens gleichzeitig zu den Seleukiden und damit zu den Diadochen und stammt damit von Alexander dem Großen ab. Damit hat Damaskus eine Zwitterstellung. Hieraus wiederum folgt, dass das kleine Horn in Daniel 7 und das kleine Horn in Daniel 8 jeweils von Damaskus sprechen. Daniel 7 und Daniel 8 sprechen also beide von dem gleichen kleinen Horn. Es ist beide Male Damaskus, das in der Endzeit erneut auf der Weltenbühne auftritt. Zunächst ist es klein, wächst dann aber zu ungeahnter Macht heran und wird größer als die Hörner neben ihm, so sagt Daniel. Damaskus herrscht als kleines Horn bis in die letzte Zeit, bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Denn Daniel sagt in Daniel 7, Vers 11 folgende Ich sah zu, bis das Tier getötet ward und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen ward und der anderen Tiere Gewalt auch aus war. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches wären sollte. Und in Daniel 8, Vers 19 folgende Und er sprach, Siehe, ich will dir zeigen, wie es gehen wird zur Zeit des letzten Zorns, denn das Ende hat seine bestimmte Zeit. In der letzten Zeit ihres Königreichs, Wenn die Übertreter überhand nehmen, wird aufkommen ein frecher und tückischer König. Der wird mächtig sein, doch nicht durch seine Kraft. Er wird gräulich verwüsten und es wird ihm gelingen, dass er es ausrichte. Er wird die Starken samt dem heiligen Volk verstören. Und durch seine Klugheit wird ihm der Betrug geraten und er wird sich in seinem Herzen erheben. Und mitten im Frieden wird er viele verderben und wird sich auflehnen wieder den Fürsten aller Fürsten. Aber er wird ohne Hand zerbrochen werden. Daniel 7 und Daniel 8 zeigen also ein kleines Horn, dessen Herrschaft bis zum Endgericht dauert. Es muss sich also bei diesen Versen um die letzte Zeit handeln und um das gleiche Horn. Welche Ausprägungen sind also zu erwarten? Das Tier in Daniel 7 hat eiserne Zähne und eherne Klauen. Eisen steht in Daniel für die Diadochen und Bronze steht für Alexander den Großen. Die Zehn Hörner stehen für die Endzeit Dekapolis und das andere, kleine Horn, steht für den Antichristen. Das bedeutet, dass die Zehn Hörner und das kleine Horn Hörner des vierten Tieres sind. Das wiederum engste Beziehungen zu Alexander dem Großen und den Diadochen hat, symbolisiert durch die eisernen Zähne und die ehernen Klauen. Damaskus und die Dekapolis kommen beide aus der alexandrinisch-diadochischen Linie, nämlich aus den Silakiten. Das kleine Horn in Daniel 8 hingegen kommt aus einem der vier Hörner, die wiederum aus dem zerbrochenen ersten großen Horn kommen. Alle diese Hörner, also auch das kleine Horn, sind samt und sonders Hörner des Ziegenburgs. Das erste große Horn ist Alexander der Große, die vier auf ihn folgenden Hörner sind die vier Diadochen und das kleine Horn ist Nachfolger eines der Diadochen, denn es kommt aus einem der vier vorigen Hörner, stammt also unmittelbar von den Diadochen und damit von dem König in Griechenland ab. So sagt Daniel. Die Bibel sagt also in Daniel 7 und in Daniel 8 für die Endzeit einen antichristlichen Herrscher voraus, der aus einer griechischen Linie, genauer einer alexandrinisch-diadochisch-seleukidisch-syrischen Linie entstammt. Das ist es, was wir für die Endzeit zu erwarten haben. Allein Damaskus erfüllt die beiden Vorgaben aus Daniel 7 und 8. Die beiden Hörner in Daniel 7 und 8 stehen jeweils für die gleiche politische Macht, nämlich für Damaskus. Kapitel 18.6.3 Das Tier mit den sieben Häuptern und den zehn Hörnern Im Gegensatz zu Nordisrael werden Judah und insbesondere Jerusalem von einem Tier mit sieben Häuptern und zehn Hörnern belagert werden. Offenbarung 13 Vers 1 Und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte sieben Häupter, die Neoseleukiden, und zehn Hörner, die Neodecapolis, und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Häuptern nahmen der Lästerung. Offenbarung 12 Vers 3 Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, roter Drache, der hatte sieben Häupter, die Neoseleukiden, und zehn Hörner, die Neodecapolis, und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde, und der Drache trat vor das Weib, das ist Jerusalem, das gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße. In Offenbarung 13 Vers 6 steht, Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen, und ihm ward gegeben zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden. Die sieben Häupter stehen stellvertretend für die Seleukiden, denn der Belagerer ist Damaskus und stammt aus den Seleukiden. Die zehn Hörner stehen stellvertretend für die Neodecapolis, und auch hier hat Damaskus seine Rolle, denn Damaskus war bereits zweimal im Bund mit dieser Region. Wenn dieses Tier, bestehend aus Damaskus und der Neodecapolis, und Nordisraels, Jerusalem belagern werden, haben wir bereits genau die gleiche politische Struktur, die Jesaja 7 bereits vorgezeichnet hat. Andererseits wird Jerusalem bei dieser Belagerung wiedergeboren werden und an Jesus Christus glauben. Auch hier haben wir wiederum den engen Bezug zu Jesaja 7 mit der Vorhersage, dass eine Jungfrau oder eine junge Frau, nämlich die Tochter Zion, schwanger werden wird und gebiert. Kapitel 18.6.4 Schlussfolgerungen Wenn die beiden Hörner in Daniel 7 und Daniel 8 tatsächlich von der gleichen politischen Macht reden, dann müsste das kleine Horn sowohl in Verbindung zur Decapolis als auch zu den Seleukiden stehen. Die einzige politische Größe aber, die beides auf sich vereint, ist laut Bibel Damaskus. Denn allein Damaskus stammt als Hauptstadt Syriens unmittelbar von den Seleukiden ab und war ebenso im Bund mit der Decapolis. Für alle Kritiker der hier geäußerten Sichtweise möchte ich anmerken, dass ich mit den Mainstream-Auslegungen zu Daniel und zur Offenbarung bestens vertraut bin und mich mit ihnen sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Mittlerweile bin ich aber zu einem anderen Ergebnis gelangt, dass ich hier am Text der Bibel argumentiere. Die üblichen Mainstream-Auslegungen werden den einschlägigen Texten der Bibel nicht gerecht und sind in großen Teilen einfach falsch, was bei etwas genauerem Bibelstudium schnell sichtbar wird. Dies versuche ich hier zu argumentieren und am Text zu belegen. Es ist mir also nicht unbewusst, dass meine Sicht der gängigen Überzeugung widerspricht. Ich kann dennoch nicht umhin, mich ausschließlich am Text der Bibel zu orientieren, wohl wissend, dass die überwiegende Mehrheit eine andere Auffassung zu den Texten hat. Ich empfehle daher jedem Ausleger und jedem Leser der Bibel, sich ebenfalls eng an den Text der Heiligen Schrift zu halten und seine jeweiligen Sichtweisen allein hieran zu messen. Kapitel 18.7 Das Standbild Daniels Eisen und Ton Kommen wir noch einmal zum Standbild in Daniel 2. Hier werden wir noch etwas Erstaunliches finden. Denn allen Metallen im Standbild wird jeweils ein Weltreich zugeordnet. Das Haupt des Standbildes ist aus Gold und steht für Babylon. Babylon ist Geschichte. Die Brust und die beiden Arme aus Silber stehen für Medopersien. Auch Medopersien ist Geschichte. Der Bauch und die Seiten aus Bronze stehen für Alexander den Großen. Auch er ist Geschichte. Die Schenkel aus Eisen stehen für die Diadochen. Auch sie sind bereits Geschichte. Aus heutiger Sicht sind allein die beiden Füße und die zehn Zehen noch zukünftig. Warum? Weil der Stein, der vom Berg herabgerissen wird, das Standbild an seine Füße schlägt und dann selbst zum großen Weltreich wird. Der Stein ist Christus, aber er hat sein Reich noch nicht aufgerichtet. Wenn er kommt, regieren die beiden Füße, denn der Stein schlägt das Standbild an seine Füße und das Standbild zeigt die Weltreiche im zeitlichen Ablauf. Also müssen die Füße noch zukünftig sein. Zwischen den Schenkeln und den Füßen liegt also eine lange Zeitspanne unbestimmter Dauer, in der wir uns gegenwärtig noch immer befinden, denn Christus ist noch nicht gekommen. Aber zurück zu den beiden Füßen und den zehn Zehen. Sie bestehen aus Eisen mit Ton gemischt. Und hier wird die Sache interessant. Denn die große Frage ist die, Wofür stehen das Eisen und wofür der Ton? Das Traumbild in Daniel 2 erwähnt die folgenden Materialien Gold, Silber, Bronze, Eisen und Ton. Im gesamten Traum kommt zudem noch ein Berg, andere übersetzen ein Gebirge, und ein Stein, andere übersetzen ein Fels vor, der von diesem Berg oder Gebirge herabgerissen wird. Neben einer Bedeutung für den Felsen müssen wir also auch eine Bedeutung für den Berg oder das Gebirge und auch für den Ton finden. Auffällig ist, dass der Berg, der Fels und der Ton nicht aus Metall sind, aber der Reihe nach. Oben haben wir bereits gesehen, dass die Bibel für die Endzeit, ausgehend von Alexander und den Diadochen, eine griechische Linie zeigt. Das Aufkommen dieser beiden Reiche, nämlich dem der Seleukiden und dem der Ptolemäer, ist laut Daniel 11 für die Endzeit wieder zu erwarten. Sie werden neu entstehen und herrschen. Sie sind die beiden Füße im Standbild. Der Fels, der vom Berg herabgerissen wird und diese beiden Füße trifft, ist Christus. Das bedeutet also, dass diese beiden Füße zur Zeit der Wiederkunft Christi herrschen werden. Wenn also die beiden Füße für zwei Reiche in der Endzeit stehen und ihr Material Eisen ist, dann können sie nur von den Diadochen abstammen, denn die sind im Standbild durch die eisernen Schenkel symbolisiert. Weil Daniel in Daniel 11 in aller Ausführlichkeit die Seleukiden und die Ptolemäer beschreibt, können mit den beiden Füßen nur die Seleukiden und die Ptolemäer gemeint sein. Folgerichtig werden die Füße, die Neoseleukiden und die Neoptolemäer und die Zehen, die Neodecapolis, als Eisern beschrieben. Aber sie sind nicht allein aus Eisen, sondern sie sind aus Eisen mit Ton gemischt. Wofür aber steht der Ton? Meines Wissens nach hat sich hierzu bislang kein Ausleger geäußert. Es wird lediglich gesagt, dass dieses Reich, bei dem man das römische Reich regelmäßig unterstellt, zum Teil ein schwaches und zum Teil ein starkes Reich sei, weil das Eisen mit dem Ton vermischt ist und beide Materialien nicht aneinander halten, wie Daniel das ja auch beschreibt. Aber zum Ton selbst wurde bislang keine Aussage gemacht. Dennoch wird allen Materialien im Standbild ein politisches Reich zugeordnet. Dies ist beim Ton nicht anders. Der Stein, der das Standbild an seine Füße schlägt, ist unbestritten Jesus Christus, der alle Weltreiche zerstört und sein herrliches, ewiges Reich aufrichtet. Dieser Stein wird nicht vom Himmel, sondern von einem Berg herabgerissen. Oben haben wir gesehen, dass Israel sich in der Endzeit, und zwar vor Beginn der 70. Jahrwoche und damit vor Beginn der Wiedergeburt Jerusalems, teilt. Wir haben gesehen, dass Nordisrael sich in einen Bund mit dem Antichristen begibt. Das wird im Standbild so gezeigt, dass sich Eisen für die Neoseleukiden beziehungsweise Syrien und Ton für Nordisrael miteinander vermischen. Die Bedeutung ist nämlich wie folgt. Der Berg ist Gott, der Fels ist Christus und der Ton ist Israel. Der Ton wird in Daniel als Töpferton bezeichnet. Das aramäische Wort steht aber auch für Erde, Schmutz oder Dreck. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt zum Ton auf Seite 129, die Bedeutung des aramäischen Wortes für Ton bedeutet Schmutz, Dreck und im Hebräischen sogar Kot, ein weiches, schmutziges Material. Christus hingegen, der Stein, ist hart und stark. Er ist nicht formbar wie Töpferton, so wie Christus auch zu Lebzeiten unbestechlich die Wahrheit Gottes verkündigt hat. Aber sein Volk, speziell das abgefallene Nordreich Israel, wird schwach und formbar und angepasst sein wie Töpferton. Es ist schwach und in alle Richtungen formbar, weil es keinen Glauben hat. Es passt sich zunächst dem falschen Propheten und anschließend dem Antichristen an. Es wird sich dem Antichristen hingeben und mit ihm einen Bund eingehen. Israels Nordreich wird das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Schmutz, Dreck und im Hebräischen sogar Kot sind leider treffende Bezeichnungen für das von Gott abgefallene und dem Antichristen und seinem Propheten anhängende nördliche Israel in der Endzeit. Aber dann kommt Christus wieder, der Stein. Er ist nicht zu formen wie Töpferton. Er wird ohne Hände vom Berg herabgerissen, schlägt das Standbild an seine Füße, zerstört so das ganze Standbild und richtet sein ewiges Reich auf. Er wird selbst zu einem Berg, der die ganze Welt erfüllt. Das ist es, was das Standbild uns zeigt. Daniel sagt nicht, wie manche behaupten, dass ein Teil der Zehen aus Ton und ein Teil der Zehen aus Eisen seien, sondern er sagt, dass Eisen und Ton miteinander vermischt und vermengt sind, weil das Nordreich Israels mit den Syrern im Bund sein wird. Aber so wie Eisen und Ton sich nicht mischen lassen, wird dieses Reich zum Teil ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Stark, weil es zum Teil aus Eisen ist, aus den Neodiadochen, und schwach, weil es aus dem abgefallenen Israel, dem Ton, besteht. Das ist meiner Meinung nach ein mehr als erstaunliches Ergebnis. Aber es entspricht dem Text, und es wurde versucht, dies am Text der Bibel herzuleiten, ohne außerbiblische Quellen heranzuziehen. Außerdem scheint es so zu sein, als ob sich die Aussagen über die Teilung Israels einerseits und die Auslegung zu den Füßen des Standbilds aus Eisen und Ton und deren Vermischung andererseits gegenseitig geradezu bekräftigen und plausibilisieren. Denn eine Vermischung des Throns mit dem Eisen ist nur möglich, wenn sich zumindest ein Teil Israels mit den Neoseleukiden, also mit dem Antichristen, verbündet. Kapitel 17.1 Ein zerteiltes Königreich Gerhard Mayer schreibt zu den Füßen und Zehen des Standbilds in der Wuppertaler Studienbibel auf Seite 129. Konnte man sich vorher fragen, wie Füße teils und teils sein sollen, so wird nun durch die Erwähnung der Zehen anschaulich, wie man sich eine Aufteilung vorstellen kann. Vers 42 sagt ausdrücklich, dass die Zehen der Füße teils von Eisen und teils von Ton waren, also Eisenzehen neben Tonzehen Den Ausführungen von Mayer, dass das Standbild Eisenzehen gehabt habe, die sich mit Tonzehen abwechseln, folge ich nicht. Auch wenn es materialtechnisch unverständlich sein mag, sagt Daniel deutlich, dass es Eisen mit Ton gemischt sei und dass beide nicht einander halten würden. Außerdem geht eine solche Abwechslung des Materials, wie von Mayer bei den Zehen vermutet, bei den Füßen nicht, wie Mayer das zu Beginn auch einschränkend erwähnt. Zudem erklärt Daniel die Vermischung von Eisen und Ton mit der Aussage, dass sie sich nach Menschen geblüht mischen werden. Dazu später noch mehr. Hier soll uns die Erklärung Daniels bei der Vorstellung helfen, dass Eisen mit Ton gemischt sein werden, denn es handelt sich um Völkerschaften. Jetzt wird auch verständlich, warum in Daniel 2, Vers 41 und 42 steht, dass dieses Reich ein zerteiltes Reich sein und einerseits stark und andererseits schwach sein wird. Dass du aber gesehen hast, die Füße und Zehen eines Teils Ton und eines Teils Eisen, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird von des Eisens Art darin bleiben, wie du es denn gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen eines Teils Eisen und eines Teils Ton sind, wird zum Teil ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Dieses Bündnis zwischen Syrien und Israel ist ein zerteiltes Reich, weil die beiden Ethnien nicht zueinander passen, denn eine der beiden ist Gottes Volk. Das Reich wird also zerteilt sein und es wird außerdem zu einem Teil stark sein wegen des Eisens des modernen Selokidenreichs, Syriens. Und zu einem anderen Teil wird es schwach sein, weil dieser Teil aus dem von Gott abgefallenen Nordreich Israels besteht. Wenn aber der Ton im Standbild für Israel steht, dann muss das Nordreich vom Südreich getrennt sein, denn Ephraim einerseits und Judah mit Jerusalem andererseits haben jeweils eine gesonderte Rolle in der Endzeit. Das Verständnis darüber, dass der Ton im Standbild für das abgefallene Israel steht, erschreckt vielleicht den ein oder anderen, dann erstaunt es, dann regt es zum Nachdenken an und schließlich, wenn man den biblischen Befund genau beachtet, kann man nicht anders als dem zuzustimmen. Damit muss man aber gleichzeitig akzeptieren, dass Israel auseinanderbricht und damit sind wir wieder am Anfang unserer Abhandlung angelangt. Die Erkenntnis über den Ton im Standbild ist der Schlüssel und gleichzeitig Anfangs- und Endpunkt für die verwirrend neue Tatsache, dass Israel noch vor der 70. Jahrwoche auseinanderbrechen wird und sich eine Struktur ergibt, die wir aus dem Alten Testament bestens kennen, die Teilung Israels in ein Nordreich und ein Südreich. Zudem können wir festhalten, dass es in der Bibel mindestens schon einmal eine politische Struktur in der Geschichte Israels gab, bei der Eisen und Ton miteinander vermischt waren und das war im Syro-Ephraimitischen Krieg, den wir schon beschrieben haben. Zur Zeit des Königs Ahas wurden Judah und Jerusalem von Syrien und Ephraim angegriffen. Syrien steht hier für Eisen und Ephraim für den Ton. Das ist meines Erachtens keine schlechte Basis für die hier gezeigte Argumentation, denn sie schöpft aus dem Alten Testament. Denn das, was wir hier erarbeitet haben, hat bereits seinen Niederschlag in Jesaja 7 gefunden. Es ist also für die Bibel nichts wirklich Neues, sondern es wird sich in der Endzeit lediglich das wiederholen, was bereits im Alten Testament geschrieben steht. Gerade aus Jesaja 7 und der darin von Jesaja geäußerten Prophetie, dessen vollständige Erfüllung eindeutig nur in der Endzeit sein kann, geht also deutlich hervor, dass damals ein Bund zwischen Damaskus, Nordisrael und der Dekapolis geschlossen wurde, der in der Endzeit ganz ähnlich wieder zu erwarten sein wird. Nur so kann die Verheißung Jesajas vollständig in Erfüllung gehen. Denn Jesaja sagt, bevor Immanuel lernt, Gutes und Böses zu unterscheiden, wird das Land, vor deren beiden Königen, Rezin und Pekach, dir, nämlich dem König Ahas, graut, verwüstet sein. Das bedeutet aber, dass in der Endzeit, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, erneut ein Bund zwischen Syrien und dem Norden Israels kommen wird. Wenn aber die Verheißung Jesajas in Kapitel 7 eindeutig erst in der Endzeit ihre vollständige Erfüllung findet, ist daraus zwingend abzuleiten, dass das endzeitliche Israel in ein Nordreich und ein Südreich geteilt werden wird. Das ist das unerwartete und durchaus erstaunliche Ergebnis der hier vorgenommenen Analyse. Eines sei allerdings nochmals festgehalten. Eine solche Auslegung des Tons im Standbild ist nur möglich durch die Abkehr von der Rom-Theorie und des Wissens von der Abspaltung Nordisraels in der letzten Zeit. Die Tatsache jedoch, dass das Standbild Daniels jetzt so schlüssig und bis in letzte Details ausgelegt werden kann, ist eine starke Plausibilisierung und Bekräftigung der Sichtweise der Teilung Israels in der Endzeit. Ist es nicht absolut erstaunlich zu sehen, wie weit man in der Auslegung kommt, wenn man die Rom-Theorie verlässt? Die Möglichkeiten, die sich uns jetzt bieten, die Texte nachvollziehbar zu deuten und im Einklang mit dem Bibeltext zu verstehen, sind derart vielfältig und bedeutungstief, dass es für den Leser immer besser nachvollziehbar wird, warum diese neue Sichtweise soll aber noch umfassender am Text der Bibel argumentiert und begründet werden. Kapitel 18.8 Der Bund mit den Vielen In Daniel 2 steht Abvers 41 Dass du aber gesehen hast, die Füße und Zehen, eines teils Ton und eines teils Eisen, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird von des Eisens Art darin bleiben, wie du es denn gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen eines teils Eisen und eines teils Ton sind, wird es zum Teil ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, werden sie sich wohl nach Menschen geblüht, untereinander mengen. Aber sie werden doch nicht aneinander halten, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Eine Vermischung nach Menschen geblüht ist nur dann möglich, wenn es sich einerseits beim Eisen und andererseits beim Ton jeweils um Menschen handelt. Menschen, die einerseits zu dem Endzeitreich des Antichristen, also Eisen, und andererseits zu dem Tönernen Reich, Nordisrael, gehören. Denn Israel wird sich in einen südlichen Teil und einen nördlichen Teil aufspalten, genauso wie wir das aus der Zeit der Könige Israels kennen. Die Kenntnis über die Teilung in ein Nord- und ein Südreich ermöglicht uns jetzt, die Formulierung die vielen in Daniel 9 zu verstehen. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Die hier zitierte Stelle stammt aus der Lutherbibel. Die Menge Bibel und die Elberfelder Bibel übersetzen anders. Daniel 9 27 nach der Elberfelder Bibel und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche und nach der Menge Bibel und er wird einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen. Der Grund für die Formulierung die vielen mit den vielen oder mit der Volksmenge ist folgender. Wenn sich der Norden Israels vom Süden trennt, wird der Norden keinen eigenen Staat mehr gründen können, weil er dazu keine Zeit mehr haben wird. Stattdessen wird der falsche Prophet den politisch chaotischen und unreglementierten Norden, die unorganisierte Volksmenge, unter seine Führung bringen und umgehend einen Bund mit dem Antichristen eingehen, der mit ihnen einen Bund für sieben Jahre schließt. Das bedeutet, dass Nordisrael keinen eigenen Staat mehr gründen wird, sondern lediglich eine politisch unorganisierte Volksmenge ist, die sich unerwartet und vielleicht auch ungewollt unter der Führung des falschen Propheten wiederfindet. Deshalb erwähnt Daniel 9 in Vers 27 nicht Israel, sondern wählt lediglich die Bezeichnung Volksmenge oder die vielen, die mit dem Antichristen für sieben Jahre einen Bund eingehen. Der, der mit dieser Volksmenge des nördlichen Israels einen festen Bund schließt, ist der kommende Fürst aus Vers 26, der Antichrist aus Damaskus bzw. aus Syrien. Dies wurde bereits in dem Video in YouTube unter der Bezeichnung 2.06 Wer ist der Antichrist? Die Zerstörung Jerusalems durch die Römer abgehandelt und soll hier nicht erneut argumentiert werden. Vor dem Hintergrund der hier skizzierten Strukturen wird die Formulierung aus Daniel 9 Vers 27 nun nachvollziehbar und zeigt einmal mehr die große Genauigkeit biblischer Begriffe. Kapitel 18 Punkt 9 Weitere Hinweise auf eine Teilung Israels in der Endzeit Als Ergänzung zu den oben genannten Argumenten sollen hier noch vier weitere Bibelstellen angeführt werden, in denen man deutlich sehen kann, dass die Schrift von einer Teilung Israels in der Endzeit in ein Nord- und ein Südreich ausgeht. Sicherlich ist die hier gemachte Auflistung nicht vollständig und es könnten weitere Bibelstellen angeführt werden, aber das würde den hier gesetzten Rahmen sprengen. Kapitel 18 Punkt 9 Punkt 1 Hosea 13 Ein unverständliches Kind In Hosea 13 Ab Vers 9 steht Israel du bringst dich in Unglück denn dein Heil steht allein bei mir wo ist dein Königin der dir helfen möge in allen deinen Städten und deine Richter von denen du sagtest gib mir Könige und Fürsten wohl an ich gab dir einen König in meinem Zorn und will ihn dir in meinem Grimm wegnehmen Die Missetat Ephraims ist zusammengebunden und seine Sünde ist behalten denn es soll ihm wehe werden wie einer Gebärerin er ist ein unverständig Kind denn wenn die Zeit gekommen ist so will er die Mutter nicht brechen Hosea schreibt über Israel in der letzten Zeit in den ersten Versen von Kapitel 13 schreibt er über den Götzendienst Ephraims hier schreibt er von einem König dem Antichristen den er Israel und zwar dem Nordreich geben und wieder nehmen wird schließlich sagte dass Ephraim ein unverständiges Kind ist Ephraim wird wenn die Zeit gekommen ist die Mutter nicht brechen das heißt wenn die Zeit gekommen ist dass Jerusalem wieder geboren wird wird Ephraim diese Zeit nicht erkennen und selbst nichts zum Glauben an Jesus Christus kommen Ephraim wird zwar in Wehen kommen wie eine Gebärerin aber er wird nicht zur Geburt kommen denn die Verheißung der Wiedergeburt gilt ausschließlich für Jerusalem Ephraim hingegen ist zu dieser Zeit im Bund mit dem Antichristen und vollkommen gottlos geworden Hosea 13 Vers 1 folgende Da da Ephraim schreckliches redete ward er in Israel erhoben danach versündigten sie sich durch Baal und wurden darüber getötet aber nun machen sie der Sünde viel mehr und aus ihrem Silber Bilder wie sie es erdenken können nämlich Götzen welche doch eitel Schmiedewerk sind dennoch predigen sie von denselben wer die Kälber küssen will der soll Menschen opfern Aus heutiger Sicht erscheint es nahezu unglaublich dass der Norden Israels so von seinem Gott abfallen und dem Antichristen und dem Götzendienst anheim fällt aber die Bibel sagt es Kapitel 18 Punkt 9 Punkt 2 Joel 3 Die Unterscheidung zwischen Jerusalem und Israel Einige der früheren Kapitel handeln davon dass Daniel nicht vom römischen Reich weissagt sondern dass er lediglich eine griechische Linie verfolgt die von Alexander dem Großen ausgeht und über die Diadochen und die Selogiden bis in die Endzeit reicht Eine Bibelstelle die dies bestätigt steht in Joel 3 Vers 4 folgende Und ihr von Tyrus und Sidon und alle Kreise der Philister was habt ihr mit mir zu tun Wollt ihr mir trotzen Wohlan trotzet ihr mir so will ich euch eilend und bald wieder vergelten auf euren Kopf die ihr mein Silber und Gold und meine schönen Kleinode genommen und in eure Tempel gebracht habt dazu auch die Kinder Judah und die Kinder Jerusalems verkauft Vertreter der Rom Theorie können nicht erklären warum in Vers 6 die Griechen erwähnt werden Die Vertreter der Rom Theorie verwirrt nämlich der Umstand dass sie für die Endzeit das Römische Reich erwarten Aber müsste dann in Joel 3 Vers 6 nicht vielmehr von Rom die Rede sein? Warum aber ist hier von Griechenland die Rede? Vertreter der Rom Theorie haben hierauf keine belastbare und biblisch begründete Antwort Wenn hingegen unterstellt wird dass in der Endzeit eine Neuauflage des antiken diadochischen Seleukiden Reiches also ein Reich griechischer Abstammung kommen wird kann Joel 3 Vers 6 verstanden und erklärt werden denn die Seleukiden und die Diadochen und die Syrer stammen alle von Alexander dem Großen ab Sie alle sind Hörner des Ziegenbocks aus Daniel 8 So und nur so werden die Verse aus Joel 3 Vers 6 erklärbar Das ist wichtig weil die Möglichkeit den Vers jetzt zu verstehen erneut zeigt dass eine Abwendung von der Rom Theorie nötig und richtig ist Der Vers in Joel 3 Vers 6 sagt dass Tyrus und Sidon die Kinder Judah und die Kinder Jerusalems an die Griechen verkaufen Warum aber an die Griechen Weil der Antichrist ein Syrer und damit syrisch selokitisch diadochisch alexandrinisch griechischer Herkunft ist Ohne die Kenntnis und Herleitung der griechischen Abstammung Syriens und des erneuten Auftretens Syrien in der Endzeit ist die Erwähnung der Griechen in Joel in keinster Weise zu erklären Das ist ein sehr starker Beweis für die Belastbarkeit der hier erläuterten Sicht Der Text sagt außerdem dass allein die Kinder Judah und die Kinder Jerusalems verkauft werden nicht aber die Kinder Israel Aber warum werden nicht die Kinder Israel an die Griechen verkauft Weil der Rest Israels also der nördliche Teil im Bund mit dem Antichristen steht Auch dies ist also eine wichtige Bibelstelle aus der abzuleiten ist dass Israel in der Endzeit geteilt werden wird und der Grund warum Joel einen so deutlichen Unterschied zwischen den Kindern Judah und Jerusalems einerseits und den Kindern Israels andererseits macht Das Buch Joel steht unbestritten in sehr enger Verbindung mit der Wiedergeburt Jerusalems denn Petrus zitiert Joel zu Pfingsten bei der Geistes Ausgießung der Stadt Die von Petrus zitierte Stelle hat aber noch einen zweiten Erfüllungszeitpunkt in der letzten Zeit Damit gehört Joel unzweifelhaft in die Endzeit Joel ist also eindeutig endzeitlich ausgerichtet und macht einen deutlichen Unterschied zwischen den Kindern Jerusalems und den Kindern Judas einerseits und den Kindern Israels andererseits und zeigt dass die Kinder Judah und die Kinder Jerusalems an die Griechen verkauft werden was auf eine politische Isolation und eine politisch-militärische Schwäche Jerusalems und Judas deutet während die Kinder Israels offensichtlich verschont bleiben denn sie sind im Bund mit dem Griechen dem Antichristen Das sind weitere wichtige Hinweise darauf dass Israel sich in der Endzeit teilen wird und warum Joel für die Endzeit so ausführlich darüber berichtet Kapitel 18.9.3 Sachaja 9 Die Kinder Zions und Griechenlands Auch Sachaja 9 schreibt unerwartet und meines Wissens bislang ungeklärt von Griechenland Sachaja 9 Vers 12 So kehrt euch nun zur Festung ihr die ihr auf Hoffnung gefangen liegt denn auch heute verkündige ich dass ich dir Zwiefältiges vergelten will denn ich habe mir Judah gespannt zum Bogen und Ephraim gerüstet und will deine Kinder Zion erwecken über deine Kinder Griechenland und will dich machen zu einem Schwert der Riesen In der letzten Zeit kämpft also Zion gegen Griechenland Ja weil Syrien von den Seleukiden den Diadochen und damit von Alexander dem Großen abstammt Wenn Christus sein Volk und speziell seine Stadt Jerusalem befreit und davon handelt der Text in Sahaja 9 dann werden die Kinder Zion gegen die Kinder Griechenlands nämlich Syriens kämpfen So und nur so kann endlich auch diese bislang unverständliche Bibelstelle erklärt werden Kapitel 18 Punkt 9 Punkt 4 Sahaja 12 das Haus David und die Bürger Jerusalems Ein weiterer Grund warum anzunehmen ist dass Israel auseinanderbricht findet sich in Sahaja denn dort steht dass das Haus David und die Bürger Jerusalems den sehen in den sie gestochen haben Sahaja 12 Vers 10 Aber über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets und sie werden mich ansehen welchen sie zerstochen haben und werden um ihn klagen wie man klagt um ein einziges Kind und werden sich um ihn betrüben wie man sich betrübt um ein erstes Kind Der in den sie gestochen haben ist Christus Sie können ihn sehen weil sie wiedergeboren sind Äußerst wichtig ist hier zu beachten dass in Sahaja 12 Vers 10 nichts davon steht dass ganz Israel Christus erkennt sondern nur Jerusalem Aber über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets Warum aber erkennt nur Jerusalem Christus Weil in allen alttestamentlichen Bibelstellen in denen von der Wiedergeburt geweissagt wird allein Jerusalem betroffen ist und nicht ganz Israel Allein die Tochter Zion kommt in Wehen und Gebiert Warum das? Weil Jerusalem und Judah politisch isoliert sind Warum sind sie politisch isoliert? Weil das Nordreich von ihnen abgefallen und im Bund mit dem kleinen Horn mit dem Antichristen sein wird Das ist noch ein Hinweis dafür dass Israel sich in der letzten Zeit teilen muss denn sonst kann Sahaja 12 nicht in Erfüllung gehen Kapitel 18.10 Die Rom Theorie in der Literatur Kapitel 18.10.1 Die Wuppertaler Studienbibel Eigentlich ist hinlänglich bewiesen worden dass die Rom Theorie nicht mehr haltbar ist und verworfen werden muss Aber sie ist weit verbreitet Man findet sie so gut wie in jeder Auslegung zum Propheten Daniel oder zur Offenbarung Das gilt auch für die Wuppertaler Studienbibel Weil sie im deutschsprachigen Raum das Standardwerk schlechthin für die Auslegung der Bibel ist möchte ich deren Ausführungen zu Daniel noch etwas genauer unter die Lupe nehmen Denn auch sie trifft leider Aussagen zum Text des Propheten Daniel und insbesondere zum Standbild die der Text nicht hergibt und zum Teil widerspricht sie sich sogar selbst Gerhard Meyer hat dort den Propheten Daniel ausgelegt Auch er ist ein Vertreter der Rom Theorie In dem Abschnitt in dem er über die eisernen Schenkel schreibt behauptet Meyer folgendes Wuppertaler Studienbibel Seite 122 Im Urtext ist wirklich von Beinen die Rede nicht nur von Unterschenkeln oder Wadenbein Gleichzeitig zitiert er aber in der Fußnote Wilhelm Gesenius der 1905 mit dem hebräischen und aramäischen Handwörterbuch über das Alte Testament ein Standardwerk zur Übersetzung aus dem Hebräischen und Aramäischen verfasst hat Meyer verweist sogar darauf dass dieser anders nämlich mit Schenkel übersetzt habe und nicht mit Beinen Das ist meiner Meinung nach mehr als erstaunlich Meyer behauptet also ohne Quellenangabe dass im Urtext Beine stünde zitiert aber gleichzeitig einen ausgewiesenen Fachmann damit dass dieser Schenkel übersetzt Ich habe Gesenius Werk in den maßgeblichen Auszügen kopiert und auf den folgenden Seiten abgedruckt und die maßgeblichen Stellen rot umrandet Die hier abgelichtete Ausgabe ist unter Umständen nicht mit der von Meyer identisch sodass die Seitenzahlen differieren können Die Tatsache dass Meyer den aramäischen Begriff Schock mit Beine übersetzt statt mit Schenkel während die einzige Quelle die er angibt das eindeutig anders sieht lässt den Schluss zu dass er nur um die Romtheorie zu verteidigen diese schlichtweg falsche oder zumindest unbelegte Aussage macht dass im Urtext Beine stünde wobei wenigstens alle Luther Übersetzungen ausnahmslos mit Schenkel übersetzen Zum Nachweis der hier gemachten Behauptungen zeige ich im folgenden Auszüge aus dem hebräischen und aramäischen Wörterbuch über das alte Testament von Wilhelm Gesenius Für diejenigen die meine Ergebnisse überprüfen wollen sei hier der Link angegeben Dann folgt der Link Das Buch ist dort eingescannt und kann nach Begriffen durchsucht werden sodass die hier angesprochenen Punkte online für jeden Interessierten leicht nachvollzogen werden können Dann folgt eine Fotografie aus der Wuppertaler Studienbibel mit dem Zitat von Mayer und dann Kopien von mehreren Seiten aus dem Handwörterbuch über das alte Testament von Gesenius Ich will Mayer nicht persönlich angreifen und schätze ihn als Ausleger Gleiches gilt für die Wuppertaler Studienbibel der damaligen Zeit unterstellt sein dass sie versucht haben die Texte aufrichtig und nach bestem Wissen auszulegen auch wenn sie hier irrten Ich gebe dennoch zu bedenken dass alle echten Christen allein das glauben sollen was die Bibel sagt Dann müssen aber unser Glaube und unsere Argumente auch mit der Bibel in Übereinstimmung sein Wenn sie das nicht sind sind solche Glaubensmodelle und Argumente zu verwerfen Wenn hingegen eine andere Sicht auch wenn sie neu und ungewohnt ist der Bibel entspricht dann muss sie stattdessen geglaubt werden denn wir haben keine andere Quelle für den Glauben als die Bibel wie Paulus sagt der Glaube kommt aus der Predigt die Predigt aber kommt aus dem Wort Gottes schlussendlich werden wir uns alle der Frage zu stellen haben ob wir den Auslegungen und den Auslegern glauben oder dem Text der Bibel Kapitel 18 Punkt 10 Punkt 2 Flavius Josefus Flavius Josefus erzählt in seinem Buch Jüdische Altertümer auf Seite 644 folgende im Detail die Vision Daniels aus Kapitel 8 nach zumindest tut er das so wie er sie erinnert vielleicht hatte er keine jüdische Schriftrolle zur Hand denn er beschreibt das was Daniel in seiner Vision gesehen hat nur mangelhaft dennoch ist Flavius Josefus natürlich eine sehr wichtige Quelle unter anderem weil er Zeit und Augen Zeuge vieler wichtiger Ereignisse im ersten Jahrhundert nach Christus war aber bei der Durchsicht seiner Texte wird deutlich dass er den Text Daniels nicht immer ganz exakt wieder gegeben hat er verweist zwar auf die Schriften Daniels aber er zitiert nicht sauber so als ob er aus dem Gedächtnis niederschreibt um meine Kritik dem Leser nachvollziehbar zu machen habe ich auch die Texte von Josefus im Folgenden abgedruckt der Leser möge sich auch hier selbst ein Bild machen dann kommen verschiedene Auszüge aus dem Buch von Josefus Josefus schreibt dass bei der Vision Daniels von dem Witter und dem Ziegenbock in Kapitel 8 die Erde geschwankt habe aber davon steht nichts in der Bibel dann schreibt er dass aus dem Kopf des Witters eine große Anzahl Hörner und zuletzt ein besonders großes hervorgesprasst wären der Witter hatte aber laut Daniel 8 nur zwei Hörner das große Horn aus dem schließlich vier Hörner und ein kleines Horn wurden hatte der Ziegenbock dann sagt Josefus dass der Ziegenbock den Witter zweimal mit seinen Hörnern durchbohrt habe das steht ebenfalls Später schreibt er dass das jüngste Horn des Witters den letzten König bezeichne der alle anderen an Macht und Ruhm übertreffen werde Auch das sagt die Bibel nicht Sie sagt vielmehr dass der Ziegenbock zunächst ein großes Horn hatte das zerbrochen wurde und an dessen Stadt vier ansehnliche Hörner aufwuchsen Aus einem dieser vier Hörner wuchs dann ein kleines Horn das sehr groß wurde Auch sagt die Bibel nicht wie Flavius Josefus später schreibt dass der Bock in zweimaliger Schlacht die Perser besiegen würde Auch Josefus ist Anhänger der Rom Theorie denn er führt aus dass Daniel über die Herrschaft der Römer geschrieben habe was aber nicht der Fall ist wie hier schon mehrfach begründet wurde Schließlich sagt Josefus dass er alles so aufgeschrieben habe wie er es in der Bibel gelesen habe jedem aber seine Meinung unbenommen sein solle Dies möchte ich für meine Kritik in Anspruch nehmen denn die in den Passagen farbig hinterlegten Teile entsprechen nicht dem was Daniel schreibt Der Leser kann gerne selbst seine Bibel zur Hand nehmen und Daniel 8 aufschlagen Wenn er die Texte mit dem Text von Josefus vergleicht werden ihm die Unterschiede schnell auffallen Es geht mir auch hier nicht darum Josefus als Person zu kritisieren Es geht mir lediglich darum zu zeigen wie wichtig es ist der Bibel selbst zu folgen und nicht den Auslegern Wenn die Ausleger die Bibel erklären wollen dann sollen sie zeigen ob und wo ihre Aussagen in der Schrift zu finden sind Das wäre dem Leser gegenüber aufrichtig Wenn sie aber keine Bibelstelle nennen können braucht man ihnen auch nichts zu glauben Dennoch soll nicht übergangen werden dass Josefus Daniel sehr respekt und liebevoll als einen großen Propheten würdigt